Esel Weihnachten aus Schöner Zeit gewann. Wenn er immer an Wemwey der Nacht ist kam, hab er vor den Stollen noch aber ausgewüttert und wir Kinder haben in der Stübe gegangen. Amme und Atte sind mit einem geweichenden Bosser durchs ganze Haus, durch den Stoll, durch den Studel, durch den Kauder und immer ins Haus gegangen und sind ausbesprengert, dass der Segen für das nächste Jahr da ist. Zuletzt haben sie auch in der Stübe gekommen und jeder Mann von ihnen schon schon gekreut mit geweichenden Bossern auf den Stirn gemacht. Atte hat auch noch einmal gesagt, ob aus und in den Christbäumen ist geladen, das Jöch, das Kümmet, der Schächter, der Zappin, der Sangeiser, der Hocke und das Wichtigste auf dem Ehrenplatz der Sibling. A ungeschauzendes Brätle und drauf von ungeschauzenden Teuge gemocht, a Bintz als Christkindle. Otter habe uns alle hingeknienet, haben Rogenkranz gepatet und noch auch eins von an ältesten Kocherwaschen Weihnachtsliedlein gesungen, aber woher waren Stallein, statt der Pamle geschehen. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.